Heute Abend ist Frank Stronach aber noch in Wien und hier bei meinem Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Stronach, warum verachten Sie Politiker eigentlich so? Ich habe nicht gesagt, dass ich verachte. Ich habe nur gesagt, wir haben zu viele Berufspolitiker. Wir können die Politiker nicht allein regieren lassen, das ganze Land. Nicht das Mandat. Wir müssen mal verstehen, dass die Regierung ist das Management der meines Landes. Und unglücklicherweise besteht dieses Management aus Politikern. Das Mandat eines Politikers ist, gewählt zu werden und wiedergewählt zu werden. Sobald sie die Wahl gewinnen, denken sie, was müssen wir tun, wie das wird die nächste Wahl. Das heißt, das Land wird durch politische Ideen und Überlegungen gemanagt. Und das kann nicht funktionieren. Genau so, wie Sie das jetzt gesagt haben, steht das auf Seite 1 Ihres Parteiprogramms, Ihres 9. Da steht wörtlich, wir wollen keine Berufspolitiker. Und dann steht da im ganzen Parteiprogramm verteilt, Politiker sagen nicht die Wahrheit, sie neigen zur Korruption, sie denken nur an ihren eigenen Vorteil und sie denken nur an das Parteibuch und so weiter und so fort. Und das im Moment, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Und das Interessante daran ist aber, dass Sie in Ihrer ganz neuen Partei aber etliche Berufspolitiker haben. Zum Beispiel Herrn Köfer, Ihren neuen Landesrat in Kärnten, Ihren Spitzenkandidaten in Salzburg oder Ihre jüngste Nationalratsabgeordnete, Frau Schenk, die Ihr ganzes Berufsleben überhaupt nur als Parteiangestellte verbracht hat. Aber noch einmal, man muss sehen, dass diese Leute erstens einmal Mut gehabt haben und dass sie auch intelligent genug sind, dass sie wissen, sie sind bei Parteien dabei, bei Politiker, wo es keine Zukunft gibt. Wir haben eine Regierung, die für 50 Jahre nur Schulden macht. Das kann dafür nicht sein. Aber jetzt weicheln Sie mal aus. Das heißt, Berufspolitiker beim Kim Stronach sind gute Berufspolitiker, alle anderen sind schlechte Berufspolitiker. Die müssen auch nach den Werten, wir werden einen Ehrenkortex haben, die anders schreiben müssen. Und wir sagen, Politiker, Maximum zwei Perioden. Ich möchte hier noch sagen, ich habe nie gesagt, dass die Politiker lügen, dass die nicht die Wahrheit sagen. Aber natürlich, das steht in Ihrem Parteiprogramm, Herr Stronach, dass Sie so nachlesen. Politiker sagen oft nicht die Wahrheit, das steht in Ihrem Parteiprogramm. Das ist ein Unterschied, wenn man sagt, die Politiker sagen nicht die Wahrheit. Genau das habe ich zitiert. Nein, nein, ja genau, aber hier im Parteiprogramm sagen oft nicht die Wahrheit, das ist ein Unterschied. Und oft heißt, wie viel, 10 Prozent, 20er, wie. Ich weiß ganz genau, was ich sage, okay. Und ich hoffe, wir haben heute ein sehr sachlich, sehr vernünftiges, ich freue mich, dass wir mal sehr vernünftige Gespräche haben. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt können wir nicht Ihr ganzes Parteiprogramm abarbeiten, das hat in den 62 Seiten und viele, viele Punkte. Aber zu ein paar Punkten möchte ich Sie fragen, die Schulden haben Sie schon angesprochen. Und jetzt schreiben Sie da konkret, Sie wollen die Verwaltungskosten in Österreich jedes Jahr um 5 Prozent senken. Wie viele Milliarden wären denn das? Das sind viele Milliarden. Na, wie viele? Wir müssen das durchrechnen, wir müssen das durchrechnen, ob ich weiß, es wird über eine Milliarde sein. Und wir wissen auch, das Ganze passt nicht mehr. Nicht wer zum Beispiel, unser Vorschlag ist, unser Wirtschaftsprogramm ist aufgebart auf sozialekonomische Gerechtigkeit. Wir sagen, Firmen, die einen Profit in Österreich investieren, zahlen nur 10 Prozent Steuer. Und das können sie den Arbeitern geben, weil die Arbeiter ein moralisches Recht, dass sie mit einen Teil des Profits geben. Aber was wir sagen, Firmen, die österreichischen Firmen, die ihren Profit im Ausland investieren, müssen die Feuersteuer zahlen. Und sie können die Schulden nicht abschneiden und die Verluste, was hier nicht. Und das war immer das Problem. Aber Herr Stronach, das hat jetzt mit meiner Frage überhaupt nichts zu tun. Wir müssen, die Leute wollen nicht verstehen. Wir sagen, das ist eine Wirtschaftsfrage und ich glaube, die wird es schon verstehen. Und ich weiß auch, das ist ein guter Report, aber die Wirtschaft verstehen Sie nicht ganz so. Ich würde gerne mal ein bisschen Wirtschafts-Nachunterricht geben. Gut, ich habe ein bisschen Wirtschaft studiert, aber immerhin... Ja, Businesses ist, das genügt ja nicht. Jetzt trotzdem, wenn Sie so konkret schreiben in Ihrem Parteiprogramm, dass Sie die Verwaltungskosten um fünf Prozent senken können, dann müssen Sie ja wissen, ungefähr wie viele diese fünf Prozent sind. Ja, wir wissen, was die Verwaltungskosten sind. Insgesamt fünf Prozent, das kann man sich ausrechnen. Wichtig ist, wir müssen die Verwaltungskosten reduzieren. Wir alle wissen, es ist Überverwalter. Wenn du in Österreich eine Schuhmacherei anfangen willst, ein Friseurland, du musst da zig Kofre gehen, Prüfungen ablegen. Also, pass auf, wenn die Schuh nicht passen, kaufst du da keiner ab. Das hat mit der Umwelt nichts zu tun. Wir brauchen, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Herr Stronger, diese Sätze bestreitet ja niemand, das unterschreibt ja jede andere Partei auch. Nein, aber wir müssen mal wichtig... Es muss man mal verstanden, wie die Wirtschaft funktioniert. Die Wirtschaft wird von drei Kräften getrieben. Gute, kluge Manager, fleißige Arbeit und Investoren. Und ich sage, die Arbeit haben ein moralisches Recht, ein Teil des Profits, den sie durch ihren Fleiß mitarbeiten. Und dadurch besteht ein ganz anderes Denken. Und die Arbeiter sind mehr motiviert, sie sind dann mit Herz dabei, sie denken nach. Das führt zu neuen Produkten, man wird produktionsfähiger. Herr Stronger, kennen Sie den Schriftsteller Mark Twain? Ja, natürlich, ich habe schon viele Dinge von ihm gegeben. Mark Twain hat einmal geschrieben, ein Interview besteht üblicherweise aus dem Interviewer, der Fragen stellt, und dem Interviewten, der sie beantwortet. Jetzt, Ihre Antwort hat überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun gehabt. Ich würde noch einmal gerne wissen, wie viel der österreichischen Verwaltungsangaben Sie einsparen können. Sie haben ein Problem. Sie wollen immer Ja oder Nein. Nein, ich könnte auch sagen, sagen Sie mir Ja oder Nein, ist der ORF wirtschaftlich sehr gut geführt. Sagen Sie mir Ja oder Nein. Herr Stronger, ein Interview besteht aus einem Interviewer, der die Fragen stellt. Aber Sie sind Staatsangestellter. Nein, ich bin kein Staatsangestellter. Ich bin der Steuer, Sie sind beim ORF, dann ist es halt ein Verdeckteangestellter. Sie können mir doch nicht sagen, dass Sie jetzt der Privatangestellter, dass das eine private Firma ist. Das stimmt nicht, was Sie jetzt sagen. Ich bin kein Staatsangestellter, es spielt auch keine Rolle. Wissen Sie, was Korruption ist? Nein, ich glaube nicht. Korruption ist auch Leute, die bewusst Korruption Strukturen und Werte unterstützen. Und ich glaube, manche mit dem Herzen im Denken gebt ihr mir recht. Aber ihr wisst, wenn ihr nicht nach den Parteien, wenn ihr euch nicht so verhält, dann habt ihr diese Stellung nicht. Weil dieser Verein oder ORF wird nur von Politfunktionären... Herr Stronger, Sie haben Unrecht, aber ich will mit Ihnen nicht über den ORF diskutieren. Diskutieren wir über die Währungsunion, ein wichtigeres Thema. Da wollen Sie austreten und Sie schlagen in Ihrem Programm jetzt vor, jedes Land soll seine eigene Währung bekommen, seinen eigenen Euro mit unterschiedlichem Wert. Jetzt, wenn das einen unterschiedlichen Wert hat, wozu soll es dann nach Euro heißen? Warum denn nicht gleich zurück zum Schilling, wie Sie es letzten Sommer hier noch gefordert haben? Ich hoffe, ich bin für ein starkes Europa. Das braucht Generationen, bis das zusammenwächst. Und wir haben jetzt den Euro, dann kann ruhig, wir sind das gewöhnt, den Euro. Aber eines ist ganz sicher, wenn Österreich seinen eigenen Euro haben würde, die Österreicher wissen, dass der österreichische Euro mehr wert ist wie der griechische Euro. Und was ist der Unterschied zwischen dem Schilling und einem österreichischen Euro? Nein, 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 wenn die Mehrheit das Ding haben würde, kann aber wir haben jetzt einmal den Euro. Und die ganze Idee ist ja, dass Europa zusammenwächst. Jetzt, wie wir in Europa strukturiert sind, wächst Europa auseinander. Und es entsteht ein Hass. Und Hass kann zu Kriegen führen. Und das müssen wir vermeiden. Also wenn wir Griechenland haben, da die Bilder, die Merkel mit Schnurrbart, wieder Hitler und so weiter. Es entsteht ein Hass. Es funktioniert nicht mehr. Das war eine Fehlkonstruktion, die gemeinsame Währung. Weil wenn jedes Land seine Währung hat, dann kann ein Land aufwerten oder abwerten, wieder konkurrenzfähig zu sein. Das sind alles ganz wichtige Wirtschaftsfragen. Alles das wäre noch etliche Nachfragen wert. Aber es gibt noch so viele andere interessante Punkte. Auf Seite 20 Ihres Parteiprogramms steht, wer nichts zu verbergen hat, kann auch alles offenlegen. Genau. Jetzt haben Sie in den letzten Monaten mehrfach angekündigt, dass Sie Ihre persönlichen Finanzen offenlegen werden. Haben aber dann letztlich immer nur den gleichen Satz gesagt. Nämlich, dass Sie in Österreich ungefähr zwei Millionen im Jahr verdienen und eine Million Steuer zahlen. Schachengefähr. So ungefähr. Wann machen Sie Ihre Ankündigung wahr? Ich werde den Auszug vom Finanzamt denken und das ist es. Wann machen Sie das? Das kündigen Sie seit vielen Monaten an. Aber ich sage das und ich kann nicht. Letztendlich wird einmal der Auszug vorkommen und wo ungefähr draufsteht, zwei Millionen, zwei Millionen Steuern. Und das ist ziemlich kompliziert. Dürfen wir den morgen filmen? Bitte? Dürfen wir den morgen filmen? Ich muss das einmal schauen, wo das ist. Aber Sie kündigen das seit August schon an. Es ändert ja nichts. Also wenn ich etwas anderes sagen würde, würde ich als Lügner dastehen. Ja, wir können es ja nicht überprüfen. Ja, ich sage, ihr kriegt es ja so mal. Aber was heißt einmal? Ja, einmal. Ich meine, pass auf, das Finanzamt wird immer meistens nach Jahren, nach einem Jahr abgerechnet und da gibt es eine genaue Überstellung. Gut, aber man kann den Eindruck gewinnen, Sie meinen es nicht wirklich ernst mit Ihrer Ankündigung? Ich sage es ernst, ich habe nichts zu verbergen. Überhaupt nicht. Also wir bekommen das, dürfen das abfilmen. Wir können das abfilmen. Gut, wir kommen darauf zurück. Jetzt geht es in Ihrer Partei derzeit ja ziemlich chaotisch zu. In Niederösterreich können sich die Abgeordneten seit über einem Monat nicht einigen, wer Klubobmann werden soll. Und in Tirol wurde vor zwei Wochen, fünf Wochen vor der Wahl, Ihr Parteiobmann abgesetzt. Und der ebenfalls abgesetzte Landesgeschäftsführer, der tritt jetzt mit seiner eigenen Liste, die im Strahlenach, an, die nicht Ihre Liste ist. Jetzt fliegen Sie morgen nach Tirol, um mit ihm zu reden. Und ich höre aber heute aus Ihrer Partei, Sie werden ihm da morgen sagen, dass Sie ihn nicht unterstützen werden und seine Liste nicht finanzieren werden. Stimmt das? Nein, das stimmt ja alles nicht. Ich habe heute, ich habe heute das erwähnt, ich wurde dreimal gefragt an der Pressekonferenz. Ich habe gesagt, ich fliege morgen nach Tirol. Ich schätze Tiroler sehr. Tiroler sind sehr freiheitsliebend, wollen nicht dominiert sein von irgendjemandem, nicht von Ihnen, nicht von Brüssel und auch nicht von mir. Wir sind eine junge Partei, wir machen welche Fehler. Wir haben in der kurzen Zeit, wir haben also Tausende und Tausende von Leuten kommen und wollen mit dabei sein und da passieren welche Fehler. Aber letztendlich, wenn die Werte nicht stimmen und wo mein Name draufsteht, dann müssen die Werte stimmen. Ich sage, ich fahre morgen raus, ich werde mal zu den Rollen sagen, ich schätze Tirol sehr. Tirol ist ein sehr wichtiges Land für Österreich und ich verstehe die Unabhängigkeit und so weiter. Und ich werde dann mit den einzelnen Leuten sprechen, einmal mir ein Bild machen, was ist da falsch gelaufen. Und ich werde dann am Donnerstag, werden wir dann fertig, werden mit meinen Leuten zusammensitzen, wo wir das alles überprüfen und einmal eine Klarstellung. Und dann werden wir Donnerstagnachmittag oder am Freitag werden wir dann ein Inserat reingehen in der Presse, wie wir das sehen und welche Maßnahmen wir getroffen haben. Herr Stoddach, wir müssen schon zum Ende kommen. Nach den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten, wo Sie ungefähr 10% erreicht haben, haben Sie gesagt, Sie sind enttäuscht und hätten sich mehr erwartet. Was sind denn jetzt Ihre Erwartungen für Tirol und für Salzburg? Ich muss morgen für Tirol überhaupt keine Aussagen machen. Ich fahre morgen raus. Gut, das haben wir schon gehört. Salzburg, glaube ich, Salzburg werden wir mehr als 10% machen und wir werden es sehen. Wir arbeiten, wir sind alle ziemlich neu, alles ziemlich, ja und wir werden gut abschneiden. Was ist die Latte für die Nationalratswahl, damit Sie zufrieden sind? Die Latte ist sehr hoch. Wie hoch? Ich sage nie einen Prozentsatz. Aber Sie haben schon oft Prozentsätze gesagt. Sie haben mal 20 gesagt, Sie haben mal 30 gesagt. Nein, nein, nein. Doch, haben Sie schon gesagt, Herr Stornach, ich habe so viel weiter gelesen, was Sie alles gesagt haben. Was die Zeitung geschrieben ist, ist ja alles Mist. Auch im Fernsehen gesagt haben, Herr Stornach. Nein, zeigen Sie meine, ich kann nur sagen, ich sage das nicht. Ich habe das nie gesagt. Ich weiß, was ich sage. Wir können es aufwecken, mitten in der Nacht. Ich sage, es kommt vom Herzen, es ist die Wahrheit. Ich sage nie die Prozentsätze. Ich sage, ich arbeite, wir haben gute Programme. Wenn Leute unsere Programme verstehen, Wirtschaftsprogramme, mit der sozialökonomischen Gerechtigkeit. Herr Stornach, das können wir jetzt nicht nochmal besprechen. Ja, aber das die... Okay, Sie wollen mir keine Zahl sagen, akzeptiere ich. Nein, habe ich nie. Akzeptiere ich. Nein, ich habe ich nie gesagt. Akzeptiere ich. Letzte Frage, weil Sie das auf Ihrer Pressekonferenz heute nicht konkret beantwortet haben. Können Sie in Ihrer Partei eigentlich überstimmt werden oder haben Sie bei allem ein Vetorecht? Nein, ich habe ein Vetorecht in der Bundespartei. Ich habe immer gesagt, in den Ländern, wenn es gute Leute da gibt, die unsere Werte akzeptieren, dann bin ich finanziell behilflich. Aber die Bundespartei ist sehr wichtig und da wird ein gutes Auge drauf merken. Und da haben Sie das letzte Wort? Da habe ich das letzte Wort. Eine letzte Frage. Könnten Sie abgewählt werden von Ihrer Partei? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Danke. Und ich hoffe nicht. Danke für den Besuch im Studio. Ich hoffe, dass wir diese Gespräche... Heute war es besser als das letzte Mal. Ich arbeite daran. Okay, sehr gut. Wir alle Partei arbeiten daran. Ich muss ehrlich sagen, Sie auch. Okay, sehr gut. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das seit...